So Leute, ich habe gerade nachgeguckt auf dem Handy Das letzte Mal richtig FIFA gespielt habe ich vor 6 Monaten und vor 3 Monaten hatte ich es dann nochmal probiert mit einem Spiel, sofort gequittet nach 20 Minuten weil das Gameplay immer noch Müll ist und jetzt nach 6 Monaten, beziehungsweise 3 Monaten probiere es nochmal Ultimate Team, ihr seht ihr mein Team was ich bisher habe, Pelé habe ich jetzt gerade hier als Leihspieler bekommen lasse ich jetzt erstmal kurz draußen keine Ahnung und ja ich probiere mal eine Runde FIFA 20 Jo, er hat irgendwie ein Team aus Göttern aber das heißt ja nichts ich weiß gar nicht, wie er mit dem Stuhlis FIFA spielen soll ich begrüße Sie sehr herzlich bis zur heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde Sie haben sich genau richtig entschieden Wolfs und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt heute übertragen wir Ihnen ein Division Rivals Spiel klingt nach spannenden Fußball mit dem Sie sich noch nicht gezogen es gibt alleine Leute alleine wie behebe ich das schon wieder hier ist ey da kriegst du doch schon wieder Timo Werner ne ich merke es jetzt schon es hat sich leider nichts geändert Patch-mäßig ich hab jetzt gedacht vielleicht ist ja jetzt irgendwie was geil geworden richtig schnell richtig ja alles direkter schön Smoothie wie so eine Art Warzone wo alles schön locker easy aber ich merke schon wie behebig dieses Spiel ist wie schlecht das alles wie spät das alles reagiert ekelhaft da sehen wir die Aufstellung so spät trotzdem versuchen so lange wie möglich jeder Spiel mal durchzuziehen die O-Dien spielt neben Mark Bartraein aber ja Isco steht mit schöner Ball im Zentrum und sie starten nicht so offensiv vorne nur ein Stürmer naja jetzt geht es eine Aktion von mir nach Ecke sogar ja er hat noch gefälscht Ecke die Maria so Situation bereinigt Pablo Sarabia super Tackling Spiel Nummer 50 ist das heute für die bei diesem Verein und diesem Jubiläum Wolf wird mit Sicherheit der Ball kommt auch noch an der das passt hier einfach alles perfekt ja könnte was werden und schlenzen aber wie gesagt macht keinen Spaß FIFA ich merke das jetzt schon es macht für mich muss FIFA oder Fußball allgemein oder am PC-Spiel muss Spaß machen bei mir aus können sie es noch realistischer machen es macht aber kein Spaß wenn es realistisch ist fertig aus die Maria es macht alles kein Spaß durch das an krumm und bäh und ekela gute Aktion von Omos schlecht das alles reagiert und diese Bewegungen oh man wir leben im Jahr 2020 es gibt so geile Spiele Animationen Grafik das Spiel ist einfach nur Schmutz nun Angel Di Maria oh mamma mia immer nur Werner und hofft dass er durchkommt alterlich Balleroberung ja da sieht man die Übersicht dieses Spielverständnis ist das Klasse aufgepasst er hat den Ball Pablo Sarabia auf jeden Fall hat er ein 10 mal besseres Team aber bisher sieht man das noch nicht so wirklich und wie gesagt mit Platz ich spiele das erste Mal wieder seit 6 Monaten Asensio das könnte was werden könnte die Führung werden schade da wollte ich eigentlich so nicht foult der Ball kommt nicht durch wo leider nur eine Ecke raus hätte ich mehr was machen können die Maria bringt den Ball rein und die Situation ist wieder bereit jetzt wäre Zeit für eine Flanke Mats Hummels klärt schönes Zuspiel hier ne ne kleiner hier hat er einfach nicht genau genug gezielt ich muss unbedingt diese dumme Lehne auch noch abbauen auf der Seite es stört ich hasse Aufleben kein Foul ich kann das nicht ich will das nicht haben ich muss das abbauen Werner hatte mein alter Stuhl auch nicht Timo Werner jetzt der Ballverlust ja aber man kann ja auch nicht mal mehr durchtribbeln das geht alles nicht mehr das gab es mal bei dem schönen früheren Pfeffer das man mal ein bisschen Tricks das man einfach mal Speed hatte er geht vorbei am Verteidiger Morata den Ball kann Hummels blocken ja aber wie gesagt selbst wenn ich hier gleich ein Lacktor mache oder gewinne oder wann das weiß ich das Spiel hier einspiele mache ich es wieder aus macht keinen Spaß die Gelegenheit für die Flanke neuer Elf war noch ein Spiel das war eng der Ball zischt über die Stadte er hat die Technik um so einen auszupacken Mann Vorteil ist angezeigt gut von Unparteisen kann er was draus machen jetzt die Möglichkeit so da ist die Führung absolut verdient oder ja das machen sie gut macht ihnen das Spaß also klar wenn er führt ist immer gut haben bisher gefehlt aber das hat ja jetzt funktioniert das ist so viel noch Spiel drauf sondern spielt den Ball das macht keinen Spaß das macht keinen Spaß genau die richtige Entscheidung sehr überlegt gemacht halt einfach das Spiel an sich das macht keinen Spaß Treffer jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen guck mal wie langsam das alles ist oh Leute mein Gott noch eins ist gut jetzt ah das verschließt klasse Aktion Ball ist weg Werner ich kann da auch gar nicht Ragen das Spiel ist einfach nur Müll das ist einfach nur Schrott da kann man sich gar nicht mehr drüber aufbringen das Spiel ist immer scheiße das kann funktionieren wenn alle mitmachen durch Pressing Ballverluste erzwingen und dann eiskalt zuschlagen der Ballverlust Supertrick und dann ist er vorbei was macht er draus jetzt vielleicht unter Druck geht der Ball ins eigene Tor ist das bitter naja kennen wir doch alle das schöne FIFA hier ne da trifft er ins falsche Tor na bei 3-0 gehe ich raus dann wird das Spiel auch wieder erstmal den installieren und irgendwann nochmal probieren ich werde jetzt hier nochmal meinen Pelé reinmachen wenn man ihn ja schon mal hat kann man ihn ja nochmal ein bisschen testen ne ja ansonsten ist ja eh alles Schmutz das ist ja jetzt nicht so dass er mega Kai spielt er kriegt ja auch nichts man kann ja in diesem Spiel auch nichts hinkriegen auch wenn man so Streams guckt auch von FIFA Turnieren das ist ja alles kein schönes Spiel zum angucken das ist ja behäbig das ist ja langweilig das ist kacke das macht keinen Spaß dieses Spiel es ist sehr sehr schade was aus FIFA geworden ist Alter was hatte ich Abende mit Freunden oder auch online es ist einfach Spaß gemacht wie oft wir uns getroffen haben und Turniere veranstaltet haben und jetzt also seit FIFA 20 schon FIFA 19 wenig FIFA 20 da spielt doch keiner da trifft sich doch keiner oder das ist also bei uns hat das komplett weg keiner und alle haben sich trotzdem FIFA 20 gekauft ne 3 Minuten am Anfang trotzdem spielt es keiner und jetzt die Chance und die Chance ist vorbei er wirft sich in den Schuss ob ich hier noch irgendwie ein Tor reinkriege ein langer Pass mal ins Aus Werner sie verlieren den Ball ja könnte was werden und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen ja probiere ich auch mal die Rengdreihen in die Guschen das war stark auch diese Freistöße also gute erste Helm ich glaube das macht kaum noch einer Freistoß Tore oder weil die auch alle keinen Druck also das ist ja alles das ist das ganze Spiel das ganze Spiel ist ja ja Schmutz also ich weiß nicht ob was das aufgebaut ist also auf Simulation soll echt sein ja aber so langsam und so behäbig das macht auch keinem Spaß es geht weiter die zweite Hälfte wurde angekündigt früher war FIFA einfach Action Arcade ja weil es auch einfach ein PC Spiel ist ein PC Spiel ist auch einfach Spaß haben und unrealistisch oder sonst was das ist FIFA das hat FIFA ausgezeichnet und PES war immer das für die Simulatoren Alter jetzt die Maria keine Ahnung warum FIFA jetzt auch diesen Weg gehen will das ist einfach nur Schmutz 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 dem wollte ich nicht aber noch fast gut gegangen er ist da und kann den Ball hier klären auf außen ist Platz Marco Asensio schade wäre durchgegangen ich will mal guck mal auch seine Angriffe das ist ja alles nicht ja da macht er mal ein Trickchen aber das war glaube ich abseits jetzt muss er besser timen hier ist es dann abseits gut wenn es ihnen Spaß macht es ist ja okay wenn er schmutz jetzt gehen sie über die Flügel ist hier immer noch am Ball da ist die Chance für die Flanke bleibt Sieger in diesem Zweigampf hereingabe in die Mitte und der Torwart klärt zur Ecke vielleicht ist diese Ecke die Chance nochmal zu verkürzen die Fans geben alles da geht er gut in den Zweigampf da kommt er natürlich durch da wäre Platz für den Konter Ballbesitz ist weg da machen sie zu wenig aus dieser Konter Chance jetzt ist gefährlich Asensio das könnte durchaus gefährlich werden schade war mal ein Versuch und nun Hummels mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor jetzt hätte er Anspielstation das will einfach nur das 2-0 wahrscheinlich halten ja das hätte was werden können das für eine Schwucht Marco Asensio vielleicht die Konter Chance ich stelle mal hier alle so offensive keine Ahnung kann man nach vorne laufen ja das sieht gut aus Diego Gutin hier mit einer Guckt euch das an Guckt euch dieses Klabautermannspiel an Alter oh my god ist das schlecht Marco Asensio boah ja ok das war jetzt mein Fehler der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst auch so die Schüsse wie das in Zeitlupe alles aussieht das ist ja kein Speed das ist doch kein geiles BAM Alter so klar war das jetzt ein Tor aber keine Ahnung Alter das ist ach man es ist so schade weil das war wirklich immer ein Spiel was man ein Jahr bis das neue kam wirklich dauerhaft gezockt hat was einfach Abwechslung war was einfach geil war was einfach Spaß gemacht hat mit Freunden keine Ahnung und jetzt ist es einfach nur scheiße das ist einfach nur scheiße das tut deinem Herzen weh fängt den Stallpass ab das war wichtig oh god wie behebe ich diese ganze scheiße 20 Minuten schlecht diese Animationen und alles die Chance auf den Konter ich weiß nur damals ich keine Ahnung welches FIFA das war es gab doch mal so ein FIFA keine Ahnung World Cup oder so ich glaube das war das erste auf der Xbox 360 Alter wie geil das war Pele und jetzt die Chance die Chance Beste Spiel aber aus der Distanz war es leicht jetzt steht es hier 2 zu 1 eine enge Kiste gutes frühes Stören kurzer Blick zur Uhr Viertelstündchen haben wir noch Kim ich ja scheiße wer soll diesen Pass kriegen weg ist aber jetzt könnte es gefährlich werden schöne Aktion sie haben diese Partie jetzt doch ich hätte sehr offen war jetzt sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich selbstvertrauen und genau so muss man auf einen Gegentreffer antworten perfekte Reaktion sie haben sich kurz geschüttelt und dann selbst wieder die Initiative ergriffen der L ist laufen in der Hoffnung der neue Spielstand lautet jetzt also 3 zu 1 dass ich quitte aber warum das Spiel ziehen wir jetzt durch auf dem Flügel ist jetzt Platz egal aber guckt mal klar kann ich hier jetzt aber das ist doch alles Schmutz wie langsam und das macht doch alles keinen Spaß das ist ja geil ja bam nochmal ein Wein wechseln hier naja dafür dass ich das erste Mal so sechs Monate spiele und er hier wahrscheinlich ein süchtiger Süchtling ist mit gutem Team und alles gekauft und so ist das alles gekauft nein das ist schwach Zuspiel kommt nicht an ja ich spiele ganz gut aber es macht trotzdem keinen Spaß und jetzt ist es nur noch eine gute Kombination aber es kommt ja diese Pfanne nicht auf also wenn sie das jetzt noch packen dann flippt die richtig aus aber vielleicht können wir ihn nochmal ärgern und kriegen wir dann noch irgendwie was hin ist alles drin ah nein so weit scheiße das wäre natürlich schön wenn man mal so ein ärgern könnte hier ein Süchtling das Trickspiel nicht da muss man auch Respekt haben wir das durchzieht das Tricks Game zu spielen ja okay jetzt spielt er auf die Seite wieder komme hin zur Hilfe wie gesagt wenn es am Spaß macht wenn es ihm Spaß macht dann ist es komplett in Ordnung guckt ihr es an da gewinnt er den Zweikampf ah oh scheiße ich hatte eh ja genau so nachschmiss hat angezeigt gibt nochmal zwei Minuten drauf na ich wusste dass sie dein Spiel trotzdem den Ball nicht bekommen guck mal auch hier guck mal wie behäb ich äh äh alter da kriegst du den Krampf alter da kriegst du echt den Krampf bei diesem Spiel äh da kommt mir fast die Kotze hoch da kommt mir echt fast die Kotze hoch so scheiße ist das auch das jetzt wieder da diese Animation er schießt den an das Spiel ist zu Ende an alle die FIFA 20 wirklich immer noch spielen dauerhaft spielen Respekt an euch wie ihr mit Scheiße umgehen könnt an alle anderen lasst die Finger von diesem Tricks Game